Ich meine, nachdem ich wieder von der Verletzung komme, finde ich es gut, dass ich überhaupt laufen kann. Das sind die ersten Sachen. Ich weiss noch nicht, ich muss nachher mit meinen Tränen anschauen, wie der Lauf gesehen ist. Aber auf meiner Seite bin ich zufrieden, dass ich gesund geblieben bin. Jetzt muss ich einfach wieder trainieren. Ich habe die letzten zwei Wochen gar nicht gemacht. Und ich bin einfach aus dem Nichts am Start geholt heute. Aber ich bin froh, ja sicher. Ich meine, ich bin ja kurz, als ich gesund war, knapp an der Limit gesehen. Aber jetzt glaube ich, dass ich das machen kann. Ich muss einfach die nächsten zwei Wochen wieder trainieren. Ja, nicht mehr so viel. Ich bin jetzt vorbereitet auf die nächsten zwei Rennen in Luzern und dann komme ich an die EM.